Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde und vielleicht auch liebe Serien-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist der fünfte Teil vom Daily Talk der Serie über Weihnachten und Neujahr. Daredevil hatte ich vorhin schon mal erwähnt, glaube ich, im Zusammenhang mit Jessica Jones, oder? Daredevil war die erste Serie, die ich in 4K geguckt habe auf meinem neuen Curved-Fernseher. Im Übrigen Runde-Fernseher machen, kein anderes Bild. Ich fand es halt nur cool, wenn man reinkommt und so sieht es halt stylisch aus, aber macht so gucktechnisch überhaupt keinen Unterschied. Und Daredevil fand ich jetzt auch irgendwie ganz nett und ganz okay. Ist auch so ein bisschen so eine Hochglanz-Serie, finde ich. Ist so ein bisschen glatt gelegt und so. Kann man aber gucken, macht Spaß. Hat mir besser gefallen als Arrow, dass er wirklich jeden vermöbelt, obwohl er komplett blind ist. Naja. Ein Must-See ist für mich noch, das habe ich auch so im Wechsel 2014, 2015 geguckt, ist Californiacation. Ist so diese Serie um den rauchenden, saufenden, rumvögelnden Buchautor und fand ich auch extrem cool. Also ich glaube, das ist auch so eine Serie, ist halt schon ein bisschen ältere Serie, nicht ganz so ein aktuelles Programm, aber war auch was, was ich persönlich sehr gerne gefunden habe, wo ich gedacht habe, ach jo, könnte ich auch so machen. Eine letzte Serie, mit der ich so mittelzufrieden war, die ich fand vom Thema sehr stark war, auch irgendwie cool angefangen hat, die dann aber doch irgendwie doch zum Ende so ein bisschen unglaubwürdig war oder sehr, sehr strittig war, war Under the Dome. Das ist diese Geschichte unter der Kuppel nach Stephen King, wo eine Kleinstadt, ein Dorf auf einmal unter einer Kuppel abgeschlossen ist. Und die Serie hält sich zu Beginn noch absolut ans King-Buch und wandert dann davon weg, um halt irgendwie serientypischer zu sein, um auch neue Staffeln offen lassen zu können und es soll auch eine dritte Staffel bestellt worden sein. Ich habe die zwei Staffeln komplett geguckt. Ich war jetzt nicht so kritisch wie viele Leute, die gesagt haben, boah, Alter, das geht gar nicht. Wollte ich nur mit in die Liste reingenommen habe, weil ich sie dieses Jahr geguckt habe. So, dann last but not least zwei wirklich tolle Amazon-Exklusiv-Serien. Also das ist ja mittlerweile so, dass Netflix und Amazon eigene Filmstudios haben und wirklich mit den Topstars ganz einfach aus Hollywood auch drehen. Und Mr. Robot und Bosch waren zwei Serien von Amazon, die ich wirklich beide toll fand. Ich glaube, Bosch ist, glaube ich, nicht so bekannt. Das geht um so ein bisschen so einen älteren, raueren, bisschen so abgehalfterten Polizist. Es spielt, glaube ich, in L.A., wenn mich jetzt nicht alles täuscht und so. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bosch ist auch eine Serie, die auch in 4K läuft, auch eine tolle Qualität hatte. Und ganz einfach so ein bisschen so durch Charakterstärke und durch diese Handlungsentwicklung und so. Da war es halt eben nicht, das ist so ein bisschen so was, das wirkt so grober, schroffer, ein bisschen rauer. Eben nicht so dieses ganz glatt geleckte, wie jetzt so ein Arrow oder Daredevil oder so. Taucht da gerade bei euch eine Katze im Bild auf? Ich glaube, es wird gerade auch sehr hell, weil die Sonne extrem hier reinscheint. Hallo Koko. Willst du kommen? Nein? Willst du mit ins Video? Es gibt mehr, es gibt mehr Klicks, wenn du mit ins Video kommst. Komm mal her. Komm mal her. Nein? Ich glaube, die Katze ist ein bisschen angepisst, weil die liegt ganz gerne auf diesem Tisch und schläft in der Sonne. Zu der Frage, darf die Katze auf den Tisch? Ich esse eigentlich nicht an dem Tisch. Das ist eigentlich mein Deko-Tisch. Also die steht halt im Wohnzimmer, aber ich esse eigentlich in meiner Küche. Also deshalb finde ich es auch nicht so schlimm, wenn die Katze ab und zu da aufschläft. Wo war ich stehen geblieben? Also Bosch, tolle Serie, wenn ihr Amazon Prime seid, das geht so ein bisschen unter. Finde ich auch furchtbar. Bei Amazon Prime musst du irgendwie stundenlang nach irgendeiner Serie suchen, bis dir irgendwas Gescheites vorgeschlagen wird. Aber Bosch hat mir auch sehr gut gefallen. Krimigeschiff, wie gesagt, Polizist. Bisschen so abgehalfter, bisschen abgerampft, immer so der Anti-Held und so. Fand ich richtig gut. Und dann zweite Amazon Prime Serie, die mir auch sehr gut gefallen hat, war Mr. Robot. Habe ich auch irgendwie in einem Stück durchgeguckt in zwei oder drei Tagen. Da wurde dann teilweise noch ein bisschen kritisiert, dass es ja doch so Stereotyp ist und so mit den Hackern. Und es geht einfach darum, naja, es ist so eine Hacker-Serie. Und Mr. Robot ist dann auch so, wie ich finde, so ein Anti-Held mit so sehr großen, noch größeren Glubsch-Augen als ich quasi. Und der auch mit dem Zuschauer spricht. Und das, wie gesagt, das ist auch bei Dexter so dir gefallen. Das gefällt mir immer extrem gut, weil du das Gefühl hast, du wirst so mit in die Story eingebunden. Und dann erlebt er irgendwas und du als Zuschauer siehst ja auch immer mal erzählen ohne ihn. Und dann spricht er dich als Zuschauer an und sagt solche Dinge wie so, ja, aber das wusstest du ja schon. Oder wusstest du das? Also irgendwie so diese Einbindung mit dem Zuschauer und das Reden mit dem Zuschauer finde ich extrem gut. Mr. Robot hat mir auch sehr gut gefallen. Bin mal gespannt, ob da noch ein Nachfolger von kommt. Oder ob man sagt, Mensch, das ist so ein in sich abgeschlossenes Ding. Überhaupt weiß ich nicht, wie das so bei diesen Amazon-exklusiven Serien ist. Auch bei Bosch würde ich mir jetzt gerne eine zweite Staffel wünschen. Ich glaube, das wird heute eine recht lange Folge, oder? Aber zwei Serien, die ich ganz gerne noch sehen möchte, ist eigentlich Sands of Anarchy und Orphan Black. Jetzt hast du dir die Nase an der Kerze verbrannt, ne? War das mit dem Bild? Nein. Doofe Katze. Und was ich vielleicht nochmal gucken werde, ist die erste Staffel von Twin Peaks. Das habe ich früher halt wirklich geliebt. Habe ich neulich auch gesagt bei einem Ehefrag. Hallo Katze. Und auf Twin Peaks 2 freue ich mich halt ganz einfach extrem. Was ich abgebrochen habe hingegen ist Hand of God. War ne Netflix oder ne Amazon Serie. Das ist mit diesem, wie heißt dieser Typ, der den Hellboy gespielt hat? Pearl Hellboy. Ich weiß es nicht. Heißt der so? Auf jeden Fall der Typ, der den Hellboy, der spielt so einen Richter und dann stirbt sein Sohn und dann findet er die Verbindung zu Gott und geht so auf so ein Selbstjustier. Aber fand ich irgendwie so, habe ich abgebrochen. War mir doch nicht so gut gefallen. Was ich sofort abgebrochen habe, was ich mir noch als Flop aufgeschrieben habe, war From Dusk Till Dawn. Also Netflix geht auch her und verarbeitet alte Kinofilme zu Serien. Und die Dusk Till Dawn Serie habe ich gefühlt nach zwei Minuten abgebrochen. Habe ich angemacht, habe ich gedacht, ey geil. Film, den du echt geliebt hast. Und dann guckst du dir die Serie dazu an und... So, jetzt ist mir zwischendurch der Akku vom Mikrofon flöten gegangen und ich muss jetzt mal Batterien wechseln. Ich weiß nicht genau, wo ich aufgehört habe. Ich mache jetzt nochmal das Ende ein bisschen kürzer. Und zwar so ein bisschen zusammenfassend. Und ich glaube, wir können da ganz toll nochmal irgendwie so einzelne Serien-Specials draus machen. Vielleicht, wenn ich eine Serie gerade wieder zu Ende geguckt habe, dass wir dann ein bisschen drüber quatschen, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann vielleicht, äh... Immer, was weiß ich, die ersten fünf Minuten Spoiler frei und die nächsten fünf Minuten, wo man Spoiler mit reinpackt. Ähm, ein Geheimtipp habe ich mir noch aufgeschrieben, ist Misfits. Ist eine Serie, die auch so gefühlt mit dem Handy gefilmt ist und so ein bisschen mehr wie von so Filmstudenten wirkt. Hat, glaube ich, fünf oder sechs Staffeln. Die ersten ein, zwei, drei Staffeln, die richtig cool sind, so Teenager, die Superkräfte auf einmal haben, die sehr abstrus sind, diese Superkräfte. Und, ähm, fand ich sehr toll, weil es auch nicht so eine geleckte Serie ist, ja. Also, ist sehr weit ab vom Mainstream. Muss man halt auch mögen, muss ich sagen. Aber wenn man ein bisschen was anderes sehen möchte, so diese ersten Staffeln von Misfits haben mir richtig gut gefallen. Ähm, Oldies habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, ich gucke momentan wirklich Scrubs, ich habe gerade die erste Staffel von Scrubs geguckt und, ähm, hab gerade mit der zweiten Staffel geguckt. Bin jetzt, glaube ich, zweite Staffel, zweite Folge oder dritte Folge oder irgendwie so. Das ist auch sowas, was ich wirklich so nebenbei gucke. Das läuft ja halt, während ich irgendwie aufräume. Ey Katze! Beim nächsten Mal spreche ich die Katzen weg. Und, ähm, was ich euch als, als Frage mal noch hinterlassen möchte, ist, ähm, The Man in the High Castle. Also diese Serie, wo es da drum geht, dass die Deutschen, dass die Deutschen, dass wir Deutsche, dass die Deutschen damals den Krieg gewonnen haben, die Nazis und damit, ähm, ähm, äh, in Amerika, das Amerika, das Amerika der Weltachsmächte oder irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Ich habe nur die Vorschau gesehen und dann mal, habe ich mal so ganz kurz reingeguckt und das gefiel mir so vom Look nicht. Also von die, einfach, wie es gedreht ist, dieser Filmlook, dieses typische, waah. Ich konnte mich da nicht mit anfreunden. Ich habe da kurz reingeguckt und habe gedacht, nee, das ist so nicht meins. Ähm, wenn ihr denn eine Meinung zu habt, wenn ihr sagt, ich habe die Staffel schon gesehen und es war doch extrem toll, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht auch, was ich verpasst habe. Also ein guter Tipp ist wirklich, manchmal, wenn so eine Serie durch ist, dann ist das so, als wenn ihr so ein Spiel zu Ende Let's Play habt und dann denkst du, oh nein, jetzt ist Mr. Robot aus und wann kommt wieder nächste Staffel Honeyball? So, ne? Und dann begibt man sich ja auf die Suche nach einem gleichen hochwertigen Ersatz und denkt so, was gucke ich, was gucke ich? Dann schaust du ständig, was die Freunde twittern und auf Facebook schreiben und so. Aber wenn ihr vielleicht einen Special-Tipp habt, ich hoffe, meine Tischdeko hat euch heute gefallen, denn das sind meine Staffeln von Dr. House, die ich besitze. Das war noch vom Zeitalter, bevor Serien gestreamt wurden, habe ich die Serie auch immer sehr gerne geguckt und besitze da die Folgen auf DVD von. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann sage ich natürlich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, gerne Daumen hoch drücken, gerne Kommentare da lassen. Wenn ihr mehr mit mir und dann vor allen Dingen auch mal ein bisschen detaillierter, als es nur so oberflächlich anzuschneiden über Serien quatschen möchtet, dann könnt ihr das gerne posten. Bis zum nächsten Mal und haut rein! Kann ich schnell noch zwei Katzen im Video haben, bitte? Könnt ihr mal ganz süß Miau machen für mehr Likes? Vollkommene Arbeitsverweigerung hier! Pfff!